Guten Abend, liebe Zuschauer, hallo liebe Gäste hier im Studio und herzlich willkommen zu Rockpop 179. Das war Wayne County and the Electric Chairs mit Cry of Angel. Wir werden sie gleich noch einmal hören, später in der Sendung. Jetzt darf ich erstmal rüber gehen zu unseren nächsten Gästen. Das Vorbild ist Bob Marley, also spielen sie Reggae. Aber sie kommen nicht aus Jamaika, sondern aus England. Die Gruppe heißt... hier sind sie. Sie heißt... na? Markas Platte, Titel von Stilpfalz. Richtig, hier sind sie.